Komm, komm, komm. Oha, hier sind voll viele Viecher. Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shine. Und diesmal mit dabei ist der Schlendi. Juhu. Yeah. Ähm, mega geil, dass du es dir einrichten konntest. Ja, gut, es war eher mehr spontan, aber was soll's. Ähm, Schlendi, mit dem habe ich noch nie was gemacht, jetzt hier im Shine-Projekt. Und jetzt ist unser erstes Mal, ne? Das soll etwas ganz Besonderes sein. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, auch in den Eribus. Ja, äh, ich werde jetzt erstmal hier noch gucken. Ähm, das Schwert macht acht an. Ich behalte das. Ich bring die sicheren Sachen gerade in Sicherheit. So, das da, 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 das da. Ja, das auch. Ich kann eigentlich aufs Ganze gehen. Ich hab in der Staffel jetzt keinen einzigen Tod bekommen. Du meinst in der Woche? Also ich kann jetzt richtig was riskieren. Hm? Du meinst in der Woche? Ähm. Ja, in der Woche. Ich hab zwei Tote. Ich bezeichne das in der Staffel. Ja, das stimmt an sich auch. Ähm, pass auf. Gut, ich hab jetzt, warte, ein paar Blöcke zum Rumstapeln oder so, nehm ich mit. Fackeln hab ich. Und dann würde ich einfach mal sagen, ähm, du weißt, wo unser Hausboot ist. Hast du dir Waypoint? Wunderbar, da treffen wir uns. Beziehungsweise an der Küste, weil dort ist auch das Erebus-Portal. So, ihr habt das jetzt woanders hingesetzt? Ich hab's umgesetzt, weil Alex hat's ins Haus reingesetzt. Und, äh, da kamen die Termiten und haben unser Haus versucht aufzufressen. Ja, das hab ich mitbekommen. Ich hab mir ein paar Larven da geklaut. Echt? Ich war ja bei Alex. Also quasi, ich hab mit ihm eine Aufnahme gemacht, wo er das Portal gebaut hat. Okay. Da hab ich ein paar Larven mitgenommen. Ich seh dich. Das ist wunderbar. Äh, wo bist du? Ich steh bei dem Portal. Ah, okay, Moment. Ähm, ich werde mir allerdings... Ah, ne, im Erebus gibt's ja auch Workbench, gell? Okay, ja, ich glaub. Ich bin mir nicht sicher. Warst du noch nie drin? Doch, ich war schon einmal drin. So, pass auf. Das Wichtigste ist, stirb nicht. Deine Sachen, die spawnen sofort. Okay, gut, danke für den Tipp. Okay. So, ich spinn drin. Und da hinten sind direkt schon mal Spinnen. Oh. Hä? Auch ein anderer Wegpunkt. Hä, wo bist du? Hier. Fuck, mein Wegpunkt hier ist weg. Moment, ich muss einsetzen. Das ist ein ganz anderer Spawn. Ja, ich hab auch, äh, komplett neu, äh, Portal. Zahl. Ist es da nicht so, wenn ich vom Erebus aus in das alte Portal reingehe, dass bei euch wieder ein Portal aufgeht? Ich, ich hab das alte Portal kaputt gemacht. Auch im Erebus? Ja. Ah, okay. So, pass mal auf, ich versuch dich zu finden, weil ich seh dich da unten rumrennen. Ich steh direkt hinter dir. Was? Hä? Okay. Warte mal. Ja, das, das ist normal. Du bist bei mir da unten. Ah, jetzt, 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 jetzt. Okay. Lol. Okay, pass auf. Was sind das für Viecher? Wo? Da hinten? Antilon und so eine komische Spinne. Ja, ich bin dafür, also, nicht alleine irgendwo jetzt rumgurken. Wir bleiben zusammen. Ja. Dafür gehöre ich auch. Und, ähm, wenn ihr diese Folge seht hier, also bei mir ist Sonntag und das bedeutet, dass heute ein Shine-Stream sein wird. Mit dabei ist dann Schlendi und Ascalta und da werden wir auch hier in... Greift uns an. Wo, 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 ah, nein, 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 Schlendi, Hilfe. Wow. Ich hab's, glaub ich, ich hab's, glaub ich. Ja, geil. Gut gemacht, Schlendi. Okay, was hab ich bekommen? Oha. Exoskeleton Plate. So, pass mal auf, ich werde hier Licht machen und dann, äh, organisieren wir... Spinnen greifen dich an. Wow, 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 ich weiß. Spinnen greifen dich an. Zwei Spinnen greifen dich an. So. Okay, die ist weg. Und die da, ah, ist auch weg. Okay, perfekt. Wir haben sie. Ähm, wir haben ja diese magnetisierende Rüstung da. Das heißt, es ist gut, dass das Zeug dann zu uns geflogen kommt. Hast du Aspietfleisch dabei? Nee, hab ich nicht. Ich kann dir ein bisschen was abgeben, wenn's brenzlig wird. Oh, das ist schön. Das ist richtig geil. So, hier liegen fünf Stück. Ach, ich bin noch dämlich. Fuck, Mann. Warte mal kurz. So, ich zieh die schnell aus. Hoffentlich greift mich nichts an. Ähm, nee, es sieht gut aus. Go. Da unten ist eine Spinne. Man, die kill ich kurz. Ich will diese Exoskelette da farben. Die droppen, glaub ich, gar keine. Das droppen nur Larven, etc. Wow, wow, wow. Soweit ich weiß. Okay. Oh, guck mal. Sicher, das ist ein Dungeon. Oh, ja. Oder irgendwas in der Richtung. Ja, aber hier war, glaub ich, schon jemand, oder? Hier ist Kohle drin und Sand und alles. Ja. Ja, das sieht ziemlich gelootet aus. Was sind das für Dinge? Was? Das sind Steine. Also so wie Mossy-Koppel, schätze ich mal. Okay, ich dachte, das wären solche Dinge, die Scharts droppen. Oh, okay, da gehen wir nicht runter. Ich glaube, wir sollten mal alles hingehen. Ja, eindeutig. Bin ich auch dafür. Wie geil. Wie geil. Ähm, pass mal auf. Hier regeneriert dein Leben. Stimmt. Das hat mir Alex auch erzählt. Das hab ich ganz vergessen. Ja, dann hab ich jetzt so ein bisschen das Pietfleisch dabei. Ja, was soll's. Habe ich hier runter? Äh, ja, können wir ja machen. Warte, gucken wir erstmal, ob hier irgendwo Monster sind. Ich spiel das Ganze hier mit Shader. Das sieht so mega... Okay, da unten ist ein Lava-Monster. Oh, wie ich die hasse. Und da ist so eine komische Fliege. Fliege, ich mag keine Fliege, weil die fliegen können. Oh fuck, ich hab den Timer nicht angemacht. Uh. Ich mach den jetzt an. Ich glaub, wir... ... sind seit fünf Minuten dabei. Ja, gut. Wir dürfen jetzt nur noch 20 Minuten. Sollen wir lieber da hinten rumgehen? Wow. Nochmal Lava-Monster. Ah. Wow. Weg, weg, weg. Äh. Versuchen wir nach, da hinten rumzukommen. Warte. Ich muss diese Larven hier essen. So. Buh. Okay, warte. Okay, hier ist Lava, aber kein Lava-Monster. Gut aufpassen. Okay, dann können wir hier rum. Hui. Okay, warte mal. Da unten sieht's frei aus. Warte. Ah nein, fuck. Egal, was du tust, bau keinen Block hin. Bau keinen Block hin. Der Sand späbt in der Luft. Echt? Ja. Das wäre natürlich suboptimal. Das wäre jetzt nicht so doll. Verdammt, wir kommen hier nicht irgendwie runter. Nein, wir könnten ja zu dem Gravel oder was auch immer, dass das springen. Wo ist Gravel? Oder was ist das für ein Zeug links von uns? Ich seh's nicht, wegen dem Shader. Wie, du siehst's nicht. Warte, ich kann ja hinspringen. Das ist da unten. Warte mal. So. Ja, okay, sie hat vier Schaden gemacht. Wir regenerieren, ja. Wow, da unten kommt ne Fliege hoch. Wow, wow. Ich hör sie, aber... Warte. Wo? Unter uns ist sie rumgeflogen, auf jeden Fall. Unter uns. Wow, wow. Ja, da kommt sie. Da kommt sie. Jo, sehr geil. Oh, da kommt noch mal eine. Ich hör sie. Ähm. Huh. Okay. Ich hör noch... Ich hör, glaub ich, noch zwei. Fette Fliege. Wow, da ist sie. So, sehr geil. Hat die eigentlich viel Schaden? Hat sie die schon mal getroffen? Äh, nö. Warte mal. Okay. Rechts könnten wir weiter runter. Oh, ne. Ich geh mal vor. Warte. Oh, guck mal, da ist ne Liane. Ja, wir können auch runterspringen. Ja, hier geh mal runter. So. Aber rechts von uns ist ne Fliege. Okay, warte. Beschütz mich kurz. Warte. Gut, ich hab jetzt hier Aspidfleisch. Das esse ich später. Ähm. Warte. Kurz so die Lage checken. Ähm. Ich seh keine Labe, Monster. Komm hier runter. Komm hier runter. Ja. Ich seh, glaub ich, ne Schlucht. Komm hier her. Ich bin direkt neben dir. Super. Wir müssen hier zusammen sein. Hier ist, glaub ich, ne Schlucht. Oder was ist das? Äh, ein Ritz. Ach so, nur ein Ritz. Schade. Da hast du nochmal ne Fliege. Wo? Geradeaus. Fuck, ich seh die nicht. Wegen dem Shader. Aber nur einem. Naja, ich kann sie kurz töten. Ich glaub mit einer werde ich fertig. Es sieht aber mega geil aus im Shader. Ich will den nicht wirklich ausmachen. Hast du ne komplett dunkle Hülle? Warte mal kurz. Ne, nicht komplett. Da hinten ist, glaub ich, ein Skorpion. Äh. Warte mal. Vorsichtig nähern. Oh ja. Da ist ein Skorpion. Ich glaub, aus dem kommen ganz viele Kleine raus. Oh, oh, oh. Hau mal drauf, bitte. Okay. Welche? Ah! So. Ah, ich hab ihn. Gut. Oh, nice. Was hat er getroppt? Exoskeletonplate. Jetzt insgesamt hab ich jetzt sechs. Ich könnt mir eigentlich schon den Helm machen. Okay. Ähm. Warte damit. Du kannst das Ganze, ähm, zu nem, ich sag mal, also wie du Sachen zu nem Block machst, äh, kannst du das auch machen. Dann kriegst du nochmal stärkere Rüstung raus. Also. Ja, aber das kostet relativ viel. Ja, klar. Aber danach hast du ne Mega Order und ne Larven. Die schnapp ich mir auf jeden Fall. Ja, okay. Die probten nur. Ja, aber Essen. Hallo? Neun Brote dabei ist. Okay, warte mal. Wird schon reichen. Da hinten. Ah, noch nicht weg. Ja, ja. Sorry. Wuhu. Die schlimmsten Gegner, die ich bisher hier gesehen hab, waren die ganz vielen kleinen Skorpione. Ah, nice. Was ist das? Irgendwas zum Essen. Kannst du nicht abbauen? Ja, dann ist es noch nicht reif. Okay, warte. Ah, okay. Doch. Ein paar kann ich abbauen. Was gab das denn? Ähm. War das gerade eben? Ich seh's in meinem Inventar nicht. Puh. Ah, egal. Okay, da hinten. Das sieht's aus. Warte, ich mach. Oha, was ist das? Wo? Das hier? Weiß nicht. Irgendwas glasmäßiges. Amber. Warte mal. Usage. Amber? Amber Bricks kann man daraus machen. Naja, okay. Und daraus kann man ein Wall machen. Hm. Ein was machen? Ein Wall. Okay, ich glaub, das bringt nicht arg viel. Das Holz? Warte. Ja, ein Baumschrauben. Warte mal kurz. Er ist ausgehöhlt. Ja, warte mal kurz. Wir gucken mal. Wow, da kommen Sticks raus, ein Haufen. Oh, okay. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da vielleicht Mops rauskommen oder sowas in der Art. Ja, ich glaub, das kann bei den Bäumen da hinten sogar sein. So, okay, kurz Lage checken hierhin. Ähm, hast du dir ein Portal gesetzt? Oder ein Waypoint? Gut, ich auch. Okay. Oh, was ist das hier für einer? Ein Geschwindigkeitskristall hier. Oh, nicht schlecht. Den nehm ich mal mit. Okay. Wie viel kam raus? Ähm, drei. Oh, okay, ja. Ähm, hier würde es runtergehen in der Höhle. Äh, ich glaub, wir sollten das lassen, oder? Ja, ja, ja. Da sind Fliegen rechts von uns. Rechts von uns, in die Richtung. Ja, da waren gerade Fliegen. Okay, da kommen zwei. Ein oder zwei. Super. Gut, hab sie. Sehr geil. Die droppen aber nur irgendwie Flügel, keine Exoskeletten. Oha, was ist das hier? Das sieht aus wie Bambus oder irgendwas in der Richtung. Ähm, ja, Bambus. Das nehm ich mir jetzt mal mit. Wer weiß, vielleicht kann man da irgendwas tolles draus machen. Ja, jetzt fliegt um mich Bambus rum. Haha, Inventar voll. Kann sich einsammeln, ja. Zaun raus. Jetzt fliegt ein Zaun um mich rum. Toll. Wuhu. Yay. Das sieht mega geil aus. So, warte, ich guck mal, was man damit machen kann. Usage. Oh, das ist eine Randomite Oil. Ein Bam Bucket. Ne Wespe? Oder ist das ein Schmetterling? Was zum Teufel ist das da hinten? Eine Motte. Eine, eine Bambustorch kann man machen. Ne Motte. Sind die aggressiv? Warte mal kurz. Ich stell mal Shader jetzt aus. Ähm. Warte, wo ist ne Motte? Hier, irgendwo vor uns war sie gerade noch bei dem Baum. Da. Da, ich hör euch. Ich hör irgendwas komisches. Oha, hier sind voll viele Viecher. Wo? Hatt mal auf. Die sind aggro. Oh, weg. Weg. Warte. Vergiften dich. Das ist übel. Ja, hab die gekillt. Okay, warte. Ich logg die jetzt nach und nach zu uns. So. Okay, jetzt sind es zwei, die kommen. Okay, ich... Ja, okay, wir können die sicherlich irgendwie schicken. Ah, es hat mich einmal... Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, perfekt. Tot. Ah, ich bin vergiftet. Verdammt. Du schaffst dich. Ah, und das ist nochmal ne Larve. Ja. Ich mein, die können wir dann auch braten. So, komm. Darf nur jetzt von nichts getroffen werden. Ich glaub, ich geb es auf ein halbes Herz jetzt runter. Nee. Okay. Okay. Wir sind noch über. Oder so. Super. So, da unten ist noch ne Larve und ne Fliege. Ja, da kommt ne Fliege. So. Ja, tot. Perfekt. Und dann hol ich mir noch die Larve da unten. Dahinten war, glaub ich, noch ein Skorpion bei den Wespen. So, ja, warte kurz. Ich hol mir kurz hier die Larven. Ah, ich folge dir mal. Abenteuer Erebus. Warte kurz, warte kurz. Ja, gut, du hast mich gesehen. Wir müssen uns noch ne Titelmelodie überlegen. Wow. Da, 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 da. Da, da, da. Die wäre nicht leicht geklaut, aber das... Das ist in Ordnung. Okay, warte mal. Sollen wir uns den Skorpion schnappen? Die, wo? Dieses Teil da, Tarantula. Oder die... Ich hasse Spinnen. Warte mal kurz, ich greife das hier an. Wow. Oh, was für ein Mistvieh. Oh, jo. Da, was hat es getroppt? Ein Tarantula-Paw. Okay, Crispy Tarantula-Paw kann man daraus machen. Hier kann man einen Wespe-Decker machen. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde nicht unbedingt das essen, was eine Tarantula droppt. Ja, jetzt nicht. Erst wenn es, ähm, gebraten ist. Oh, hier in der Schlucht. Was ist das für eine blaue Ohr? So, oh, fuck. Warte mal. Ich muss mal abbauen. Glaubst du das Lazuli? Ja. Das sind die Erebus-Ärze hier. Ja, okay. Wollen wir da... Ne. Da ist eine Fliege zwar. Aber, oh, guck mal hier. Avocados, oder? Oh, sieht ganz danach aus. Boah, ich muss ein bisschen Zeug loswerden. Hast du zufällig eine Kiste oder so dabei? Äh, nee, aber... Warte. Nee, Holz hab ich auch nicht. Hä, was ist das? Bambus-Schut. Oha, hier kann man eine Suppe draus machen. Aus Bambus. Nicht schlecht. Ich hab gerade eben noch eine Randomite-Or hier irgendwo gesehen. Ich weiß zwar nicht, was die bringen, aber ich will sie haben. Pass mal auf, was ich jetzt kurz machen werde, ist die Koordinaten aufschreiben von unserem Portal. Falls wir relocken und der Waypoint weg ist. Äh, okay, keine schlechte Idee. 61. Und ich hab hier gerade ein Kristall gefunden. 86 und 1619. Das ist Saturation. So, gut. Äh, dass du satt bist oder so? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ah, cool. Dann hab ich einen Sattmacht-Kristall gefunden. Hey, der Baum hier ist ein Schild um mich rum. Was ist das da hinten für Erz? Wo? Da hinten. Rot aus. Ich glaub, das ist Gold und Redstone, kann ich mir vorstellen. Das hier. Warte mal. Petrified Wood. Da kann man nur Blanks mitmachen. Also das ist, äh, Holz irgendwie in die Erde. Und was ist das da oben? Ich hab keine Spitzhacke, kannst du's mal bauen? Das ist Eisen. So, okay. Sind einfach nur die Erzblöcke im Erebus und das da. Okay, da vorne sind Mobs wieder gespawnt, sehr geil. Ah, die Tarantula. Wow, 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 ein Silberfisch. Lol. Okay, er ist tot. Lassen wir das mit dem Strain abbauen. Okay, die Wespe kommt. Die Wespe, okay. Ah, fuck, sie hat mich getroffen. So, tot. Okay, ich hab sie. Perfekt. Oh man, Gift. Aber ich hab vollen Hunger, das heißt, ich regenerier wieder. Das ist mega geil. Dahinten ist, glaub ich, noch eine Tarantel. Und noch irgendwas. Es sind zwei Taranteln. Ja, warte kurz, bitte. So. Ich hätte ein Strength Potion. Ja, aber... Eins zum Werfen, wir könnten uns beide damit... Ich pull den hierher. Okay. Ich schau ihn von der Seite an. Ja, gut. Super. Perfekt. Perfektes Team. Da sind ein Haufen Larven, die nehm ich mit für Essen und so. Und da hinten hab ich gerade einen Diamanten entdeckt. Echt? Ja. Also ich glaub, dass es einer ist, zumindest. Da hinten in der Wand. Rechts von uns ist eine Spinne. Ich weiß nicht, wie er angreift. Guck, das hier oben müsste ein Diamant sein. Echt? Ja. Dann hab ich noch mal einen gefunden. Ähm, hast du ne Eisenhacke? Ne. Schade. Leider nicht. Hier sind nämlich noch einer. Ich hab aber zwei Eisenerz. Fuck. Ich hab das andere, das müssen wir nur noch brennen. Äh, hab mal den Baum da ab und mach ne Workbench. Ich tue, ich sag mal, Koppelfarmen. Und mach dann... Hoffen wir, da kommt nichts raus. Mach dann den Ofen draus. Ja, ich kann das heute nicht einsammeln. Mann, Schlendi. Oder warte, hab ich schon eingesammelt oder was ist da jetzt los? Ich weiß nicht. Kannst du kurz nen Fackel platzieren? Äh, ja, Moment. Hast du auch gerade Shader drin? Ne, ne. Aber bei mir ist das alles voll hell. Ja, aber so fühl ich mich sicherer. Ich bin nicht. Oh Gott. So. Ähm. Ich bau jetzt nochmal eins ab. So. Ich glaub, du hast den Holzblock eingesammelt, auszusehen wegen deiner Rüstung. Anders sein? Was, 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 was? Dass du den Holzblock gerade eingesammelt hast. Ähm. Oh ja, ich hab ihn. Gut, dann mach ich uns jetzt in der Workbench. So. Platziere das Ganze hier. Hast du gerade ein Schild weggeworfen? Ja. Schon vor längerer Zeit, dass es die ganze Zeit um mich rumgeflogen ist. Ich hab's gerade eingesammelt. So, pass auf. Könnte ja die Blöcke platzieren, die ich nicht mehr brauche. Warte, warte. Das ist eine Idee. So, Moment. Also ich, da kommt jetzt Eisenerz raus. Okay, ich leg nochmal was rein. Mach du dann eine Eisene Spitzhacke. Ich baue hier noch Kohle ab. Und dann werde ich die Maten da ein bisschen braten. So. Sehr geil. Und ich platziere so lange ein bisschen Blöcke hier. So. Innen. Ist Sinn wichtig? Äh, weiß nicht. Du musst gucken, was du damit machen kannst. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Na ja, dann lass ich's erstmal. So, ich denk, ich mach jetzt den Shader mal wieder rein. Weil es sieht einfach geil aus. Für den ganz neuen, wo es auch nachts über so Nebel gibt. Ne, den hab ich nicht. Ich hab einen Rudow Blaze. Ah, okay. So. Ja, bei mir läuft kein Shader mit Aufnahme. Das ist irgendwie doof. Aber egal. So. So, ich hab die Spitzhacke. Sehr geil. Dann nimm die Diamanten hier. Da oben war einer. Da ist einer. Genau. Nummer eins. Da hinten. Teilen wir uns die da. Ja, können wir machen. Wobei bei drei wird das irgendwie schwierig. Noch einer. Okay, gib mir den Kopf da weg. Wir finden bestimmt noch einen. Ja, wenn wir noch einen finden, dann kriegt jeder zwei. Das klingt fair. Auf jeden Fall. Sollen wir weiter? Ja, warte. Ich brate gerade noch die Maaten. Okay, keine schlechte Idee. Hab ich vielleicht noch irgendwas, was ich braten kann? Ne, schade. Sollen wir uns die Taranteln da hinten schnappen dann? Warte, wo sind Taranteln? Da waren noch gerade welche. Warte kurz, ich tue mal kurz die Spinne. So, Shader ist aus. Ich lasse ihn im Erebus jetzt einfach aus. Ah, Spinne kommt. Sehr geil. Ja, tot. Perfekt. Okay, pass auf, da hinten ist ein Teil, was ich... Wow, Fliege. Hä, was? Wo Fliege? Ah, okay. Was bringen die Flügel eigentlich von der Fliege? Ich weiß nicht, mach doch... Drück U im Inventar auf das Teil. Okay, das geht bei mir nicht. U und... Ah, jetzt. Ja, dann weißt du, was du damit machen kannst. Ich kann mir Jump Boots machen. Echt? Ja, also, ähm... Warte mal, hab ich auch so Flügel? Du brauchst dazu zwei Flügel. Ich hab insgesamt... Ey, ich kann dir einer fliegen, wenn es ist. Ähm, wir bräuchten dann zusätzlich noch, ähm... Ein Elastic Fibra. Oder du kannst dir Glide Wings machen. Echt? Warte. Also, Flügel kannst du dir machen. Oh, geil! Mega! Was es hier für Items gibt. Ähm, ich nehm das hier wieder mit. Ich glaub, ich mach mir das. Ja, würd ich dir auch empfehlen. Äh... Wie wärst du insgesamt bisher? Einen. Ja, okay, dann... Pass mal auf. Ich geh jetzt da vor. Da vorne ist ein Käfer. Ich will diese Exoskelette auf jeden Fall. Damit kann man sich eine richtig gute Rüstung machen. Äh, ich heiße Käfer. So. Da hinten sind noch mehr. So. Aber ich glaub, die sind nicht sonderlich gefährlich, oder? Ne, also die greifen auch nicht an. Wenn du sie angreifst. Aber sie geben dir Exoskelette. Und hier ist Tarantula. Bei sogar, pass auf. Ja. Wow. So. Kann ich von der Seite gar nicht so richtig hüten. So, sehr geil. Oh, Schlendi, wir haben's drauf. Yes. Okay, da hinten ist noch eine Larve. Ich hab keine Ahnung, wo du hin bist. Oh, hier sind Grashopper. Wo ist ein Grashopper? Hier. Oh, nett. Oh, sorry, Schlendi. Oh, ich bin grad schon erschrocken, ey. Ey, du bist mir reingelaufen. Sorry. Ja, kein Problem. Okay. Was können wir mit diesen Grashopferbeinen machen? Äh, bestimmt was cool. Ah, warte mal. Ah, die kann man essen. Ach so. Voll okay. Ähm. Und hier ist ne Motte, die würde ich gerne... Ich glaub, die dürfte auch Flügel droppen. Äh, was hat die getroppt jetzt gerade? Ja. Ich hab's nicht mitbekommen. Schade. Okay. Ich hab Tarantipfoten. Ha, ha. Ähm. Hast du auch welche? Du hast doch vorher welche bekommen, oder? Du meinst diese, diese Pau? Ja. Ja, hab ich auch. Die kann man braten. Ach so, okay. Ich hab gedacht, da kann man irgendwie Wände damit hochgehen. Ha, ha, ha. Wär mega geil. Gibt's sicherlich auch irgendwo. Ähm, begeben wir uns einfach mal wieder so in Richtung zurück. Oder? Ja, können wir machen. Ich mein, die Folge geht jetzt noch drei Minuten und dass wir halt in einer sicheren Umgebung dann uns auslocken. Und heute Abend um 18 Uhr geht's bei mir, äh, so im Livestream weiter. Schlendi ist dann auch wieder am Start. Da sind noch zwei Wespen. Und Ascalta wird noch dabei sein. Äh, die lassen wir. Okay. Würde ich sagen. Können wir machen. Wir müssen nur irgendwie wieder hochkommen. Ah, okay. Da ist ja irgendwo ein Aufgang gebaut. Ja, es ist über uns das Portal. Also wird mir angezeigt. Ja, mir auch. Wir müssen dann hier... Ah, da hinten ist ein Diamant noch. Ah, perfekt. Dann können wir das noch zum Schluss aufteilen. Sehr geil. Ja, gut, behalt's erstmal im Inventar. Dann können wir, wenn wir irgendwo... Ja, total... Also, ich muss erst rankommen. Ähm, ich weiß ja nicht, aber wie wär's, wenn man hier so eine Art Wasserfahrstuhl macht? Ja, das könnten wir eigentlich gut machen. Warte mal, ich baue mich jetzt hier nach oben. So. Und grab nach oben. Okay, und ich warte hier unten bei den ganz vielen Monstern. Ja, Schlendi zurücklassen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Immer doch. So, du wirst es schaffen, Schlendi. Keine Angst. Ja, das bezweifle ich. Aber... So, ähm... Gut, wenn ich oben bin, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Oder? Okay, können wir machen. Ja. Dann können wir morgen im Livestream, äh, loslegen. Party machen. Für die Leute, die jetzt zuschauen, denn heute. Genau, heute. 18 Uhr. So, wann bin ich denn oben? Nein! So. Was ist passiert? Du hast nein geschrien. Nein, weil... Einfach nein. Okay. Nein. So. Ich will noch hier rausfinden. Ascalter, join the game. So. Wup, wup. So, ey. Es ist wieder so kompliziert, da hinzukommen. Machst du doch. Das sind doch 50 Meter. Ah, ich hab noch 21 Meter. 20. Ich grab mich gerade schräg hoch. Ich glaube, ich baue mich da jetzt auch hoch. Ja, die Folge ist aber gleich vorbei. Kann ja schon mal anfangen. So. So. Komm schon. Mein Hacke ist gleich am Arsch. Ach, Mann. Bitte. Ist halt irgendwo die Oberfläche, ey. Ja, gut. Die Hacke ist jetzt gleich kaputt. Ah. Ja. Ich hab mich noch rausgebaut. Naja. Nicht ganz. Das... Ach. Wisst ihr was? Ich beende jetzt hier die Folge. Bedankt mich fürs Zusehen. Und schaut auf jeden Fall bei Shlendy rein. Und heute, 18 Uhr. Livestream. Denkt dran. Deswegen sage ich auch einfach mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Und das letzte Wort gehört Shlendy. Äh. 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 Tschüss. 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 Tschüss.